Die Rezeption des Hotels, die Lobbybar und in der Lobby gibt es viele Sitzmöglichkeiten. Ich bin jetzt im Hotel Barcelo, Isla Cristina. Ein kleiner Kinderspielplatz. Das Kinderbecken. Das ist die Poolterrasse. Und ich bin jetzt am kilometerlangen Sandstrand von Isla Cristina, hier an der Costa de la Luz. Musik Hier am Strand gibt es Restaurants. Und Liegen und Schirme sind zu mieten. Musik 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 Musik